Franka stand am Kaffeeautomaten und dachte angestrengt nach. Wie konnte sie Braun von den Legenden rund um die Rattenschädel erzählen, ohne dass er Verdacht schöpfte? Auf der einen Seite musste es einen Zusammenhang zwischen der toten Amelie und dem Rattenschädel geben, den man am Tatort gefunden hatte. Da war sich Franka sicher. Auf der anderen Seite würde ihr gut gehütetes Geheimnis mit einem Schlag aufgedeckt werden, wenn sie Braun davon erzählte, was die Rattenschädel in ihrem früheren Leben einmal bedeutet hatten. Der Rattenschädel symbolisiert den Tod, sagte sie als Braun zu ihr trat. Es könnte die Signatur des Mörders sein. Signatur? Du denkst, es werden noch mehr Morde verübt? Braun verzog skeptisch das Gesicht. Wie passt das zu deiner Theorie von Bernhard Frey? Ich weiß es nicht. Ich habe Jan aber bereits beauftragt, nach früheren Fällen zu suchen, in denen Tiersymbole als Signatur verwendet wurden. Das ist clever. Braun lächelte anerkennend. Du bist wirklich eine intelligente Polizistin und ich bin froh, dich in meinem Team zu haben. Sein Lächeln verschwand. Aber das ist noch nicht alles. Du verbirgst etwas vor mir. Das spüre ich. Wenn du etwas weißt, Franka, dann rück damit heraus. Und zwar jetzt. Franka schnappte nach Luft. Ich weiß nichts. Vergiss nicht, auf welcher Seite du stehst, sagte Braun leise. Ich stehe auf der richtigen Seite. Wie du meinst. Braun wirkte enttäuscht. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging er zurück an seinen Schreibtisch. Verdammt. Franka stützte sich mit beiden Händen am Tresen neben dem Kaffeeautomaten auf. Das Handy in der Tasche ihrer Jeans vibrierte. Es war eine SMS, die von einer unterdrückten Nummer an sie abgeschickt worden war. Der Text bestand aus drei Sätzen. Kümmern Sie sich darum, dass nicht weiter gegen Viktor Mahli ermittelt wird. Wir melden uns bald mit weiteren Anweisungen. Löschen Sie diese SMS sofort. Sie verstand nicht gleich, was die Nachricht zu bedeuten hatte. Doch dann sah sie den Anhang, der sofort Beklemmungen in ihr auslöste. Es war ein Bild von zwei schwarzen Hochhäusern, die wie monströse Kreuze in einem dunklen Niemandsland in die Höhe ratten. Franka schluckte schwer und drückte den Löschbutton. Am späten Nachmittag fuhr Braun in die psychiatrische Klinik von Linz. Als er auf den Parkplatz einbog, musste er an Franka und ihre Reaktion auf den Rattenschädel denken. Ihre Erklärung war halbherzig gewesen. Doch sein Bauchgefühl sagte ihm, dass er im Moment nicht mehr von ihr erfahren würde. Als er am Empfangstresen den Namen Victor Mali erwähnte, kontrollierte der Wachmann seinen Dienstausweis noch genauer, ehe er die nötige Erlaubnis in seinen Computer tippte. Sind Sie immer so streng? Mali ist ein wichtiger Patient. Frau Dr. Jansen hat die Anweisung gegeben, alle Besucher zu kontrollieren und einzutragen. Wann hat Mali das letzte Mal Besuch bekommen? Vor zwei Wochen waren ein paar hohe Tiere aus Wien hier und haben sich mit Frau Dr. Jansen eingehend über den Patienten unterhalten. Braun wollte noch etwas fragen, doch in diesem Moment hörte er jemanden seinen Namen rufen und als er sich umdrehte, sah er Thomas Just, den Assistenten von Karin, durch den gläsernen Gang auf sich zukommen. Chefinspektor Braun, wie schön Sie zu sehen, begrüßte ihn Just mit einem sympathischen Lächeln. Er nickte wissend, als Braun ihn nach den Leuten fragte, die vor zwei Wochen Mali besucht hatten. Das war die routinemäßige Kontrolle des Innenministeriums, sagte Just, während sie auf die Sicherheitsschleuse zugingen, die den geschlossenen Trakt vom Rest der psychiatrischen Klinik abschottete. Es werden in Österreich jährlich rund 100 Personen ohne Erinnerung aufgegriffen. Er hielt seinen Ausweis auf einen Lichtstreif neben der Schleuse und mit einem leisen Zischen öffnete sich die gläserne Tür. Als sie sich hinter ihnen widerschloss, kam es Braun vor, als wäre er in einer anderen Welt. Am frühen Morgen war alles dunkel und friedlich gewesen. Doch jetzt war Leben in der Station, wenn auch keines im herkömmlichen Sinn. Als er einen Kaffeeautomaten entdeckte, sah er daneben einen älteren Mann stehen, der gerade dabei war, sich einen Plastikbecher in den Mund zu stecken. »Talström, draußen scheint die Sonne!« Der Patient zuckte zusammen, nahm den Becher aus dem Mund und knüllte ihn mit schuldbewusster Miene zusammen. »Dieser Patient leidet unter einer stark ausgeprägten Form des Pika-Syndroms, begleitet von einer schweren Zwangsstörung«, fand es sich Just vertraulich an Braun. Er muss immer zu Gegenstände verschlucken. Wichtig ist, dieses Ritual mit absurden Sätzen zu durchbrechen. Bisher ist es uns immer rechtzeitig gelungen. »Kann man diesen Trakt eigentlich unbemerkt verlassen?« »Wo denken Sie hin? Sie haben doch die Sicherheitsschleuse gesehen. Ohne Kontrolle kommt dort niemand durch.« Just lächelte. »Ich muss Sie jetzt allein lassen. Sie finden den Weg zu Dr. Jansen?« »Aber ja doch.« Ganz vorn im Schatten einer trübseligen Zierpflanze sah Braun eine Gestalt, die ihn interessiert beobachtete. Es war Mali. Als der bemerkte, dass Braun ihn entdeckt hatte, nickte er leicht und ging langsam zurück in sein Zimmer. Als der bemerkte, dass er sich einen richtigen Schaus Mail erzählenOOFM�M東,